moin moin und herzlich willkommen auf mein kanal ich bin simduro und du bist wahrscheinlich ein abonnent von mir und darum möchte ich mich bedanken bei dir und auch bei allen anderen ich glaube wir sind jetzt bei 1649 abonnenten und ich möchte einfach mal ein video darüber machen um mich zu bedanken um einfach zu zeigen dass es ähnlich selbstverständlich ist 1600 abonnenten auf youtube zu erreichen ich meine es ist keine große anzahl an aber für moped channel ich sage ich fahre kein motorrad keine rennmaschine oder eine übelste was ich weiß ich bin nur nicht der übelste skill profi der hier wheelies fährt oder die übelsten jumps hinlegt oder so ich bin ganz normaler typ der moped fährt und der kamera draufgeschneidert ja danke für die ganzen abonnenten für den ganzen feedback was ich hier bekomme ohne euch glaube ich würde youtube nicht mal halb oder würde nicht mehr ganz so viel spaß machen weil wozu macht man sich die mühe videos zu schneiden wenn sie im endeffekt nicht geklickt wird ich glaube das würde jeden youtuber so gehen mal gut mal von den bezahlten jetzt abgesehen also die würden wahrscheinlich sind dann arbeit so gehen aber von denen wieder weg zu kommen heute dachte ich mir ich habe mir so überlegt was könnte man denn machen ich denke mal ich schneide einfach mal ein paar videos hintereinander weg so random zeug was ich ja nicht veröffentlichen wollte normalerweise landet sowas bei mir in irgendeinem mülleimer und dann wird sie löscht heute suche ich mal ein bisschen zeug raus was ich sonst nie veröffentlicht hätte ich sag mal da ist ein bisschen g20 bei ich zeig ein bisschen mein gesicht damit da euch ein bisschen mal mache ich das oder pixel ich das doch ne ich pixel ach lasst euch überraschen vielleicht pixel ich mich vielleicht nicht mal sehen ja wie war ich in g20 magdeburg war ich das wollte ich auch nie veröffentlichen weil das video an sich wir waren nicht lange da es war halt gut ja sehr gut viel spaß bei dem video ansonsten bis zum nächsten mal wenn es euch gefallen hat oder gefällt daumen hoch wenn nicht daumen runter kommentar könnt ihr gerne hinterlassen ich werde mit sicherheit wie immer darauf antworten hatte ich das schon erzählt keine ahnung ich bin schon wieder bei zwei minuten noch was gut bis zum nächsten mal ciao gut shop ha 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 geil kenn mich hier null aus ich weiß drei speilchen ja und die nächste ampel ist scheiße wenn man sich nicht auskennt voll die ratterstraßen voll doof ich wiss nicht wo man hin fahren kann ich kenne mich hier unten nicht aus tut er scheiße hat mich selbst erschrocken ich bin seit sechs stunden unterwegs ich wollte nur mal schnell eben nach hamburg was holen ist alles voll was sagst du dazu alle voll alles voll außer falco der ist nicht voll ich bin schon auch arzt ja Conchita-wurst wir kommen wieder voran Der Trump-Train setzt sich wieder in Bewegung. Wie kommt man um so eine beschissene Idee, jetzt was in Hamburg zu kaufen? Total bekloppt. Was sagst du jetzt? Alles geil! So meine Flamen-Freunde, Koffer-Video hat euch gefallen? Wenn ja, das ist cool. Hier, ich zeige euch noch ein bisschen mein Moped. Okay, reicht. Gut, tschau!